So, der Schilling meldet sich zurück aus der Welt von Shakes and Fidget. Es ist 20.15 Uhr und in drei Minuten startet der Raid. Und genau, eben angenommen. Also, ich habe noch eine Million von der Stadtwache abzuholen. Der nächste Gegner ist ein Krieger, das heißt, ich werde hier auch auf 2.000 machen, einfach weil es schick aussieht und beim Raid hilft, sofern ich mitkämpfen kann. So, ja, das Gold geht runter, aber das passt. So, und ein bisschen noch Ausdauer und Intelligenz. Den Rest möchte ich mir aufheben. So, jetzt aber genug. 20.16 Uhr. Zum Einstimmen kann ich einfach mal hier in den Dungeon hineinschauen. Und zwar beim Sigi. Aber Sigi doch, das dürfte, war das ein Krieger? Ich glaube schon, ja. Das heißt, meine geskillte Stärke wird es jetzt zum Sieg bringen. Ich finde es cool, dass wir jetzt praktisch jeden Tag einen Raid machen können und trotzdem immer mehr Leute dazu bekommen und diesen krassen Level-Durchschnitt schon haben. Und überhaupt einer aus der Gilde der Kili, ein Aufholjäger, der hat sein Sammelalbum so extrem gepusht. Jetzt innerhalb kürzester Zeit ist er bei 80% mit dem Level und das war vor ein paar Tagen noch weitaus geringer. Also, keine Ahnung. Der hat, der ist so richtig ausgerastet in der Arena. So, da wollen es ein paar Leute wirklich wissen. Finde ich sehr schön. So, ein Versuch noch hier. Und dann bin ich schon sehr gespannt. Obwohl ich habe Angst, ich möchte nicht direkt drin bleiben. Es ist 20.17 Uhr. Komm, ein Ausdauerpunkt. Nur deshalb werden wir jetzt gewinnen. Wegen diesem Ausdauerpunkt. So, im Klo war ich. Alu ist komplett fertig. Ich checke das aber trotzdem immer nach, weil... Ja, ich weiß nicht. Ich bin da so einer. Lieber nochmal nachchecken. So. Dann kann ich hier vielleicht noch kurz... Genau, hier bin ich nämlich nicht mal noch fertig mit dieser Alu. Wie schon erwähnt. Am wichtigsten ist mit der Mage. Da mache ich auch mit der App mal hier was. Und die anderen, ja. Nur so nebenbei. Jetzt habe ich den Browser mal gewechselt. Einen anderen Browser genommen. Hier die Flimmerkiste kann man auch abstellen in den Optionen. Da muss man sich einen Werbespot ansehen und bekommt dann einen Pilz. Mache ich auch ab und zu. So. Und bei dem Browser hat man aber unten dann immer manchmal so einen weißen Rand. Beim anderen sind die Scrollleisten so seltsam. Ich kann mir auch nicht helfen. So. Einmal trinken. Kostenlos. Und jo. Dann nehme ich diese Special Quest. Ach so. Ist das wegen der Flimmerkiste? Keine Ahnung. 20 Uhr 18. Ich warte noch bis 20 Uhr 19. Eine Minute danach. Oh. Moment. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht dadurch gespoilert, wenn mein Sammelalbum dann blinkt. Das weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Wäre auf jeden Fall schön, wenn das nicht passieren würde. Wow. Was für ein Versuch. Nur leider, der ist immer etwas schwächer dann, weil der keine Tränke drin hat. Und die möchte ich mir noch für die stärkeren Raids dann aufheben. Ja. Schade. Aber die anderen waren jetzt Hut ab. Die anderen waren nicht schlecht. So. Es ist 20 Uhr 19. Das heißt, man könnte schon starten. Hier noch ein Versuch. Boah. Okay. Den hätte ich mir sparen können. Den hätte ich mir sparen können. Los geht's. Gilde. Das Gruselkabinett. Riesenspinnen. Staubfledermaus. Flederbiest. Drecksfledermaus. Hinterhältiger Vampir. Und so weiter und so fort. So. Die Aufholjäger. Werden leider ziemlich schnell sterben. Aber kann man nichts machen. Bald werden sie auch hier ordentliche Leistungen abliefern. So. Genau. Die Gegner. Diese Trash-Mobs. Werden leider auch mit jedem Raid immer um ein paar Level höher. So im Durchschnitt. Nicht nur der Endboss um 10 Level. Also ich kann das jetzt in den nächsten Raids noch nicht so einschätzen. Wir bekommen zwar immer wieder 3, 4 Leute dazu. Aber was das im Endeffekt ausmacht. So. Oboss ist komplett neu. Das ist der erste Raid von ihm bei uns. Und da teilt er mal ordentlichen Schaden aus. Schafft sogar einen Trash-Mob alleine. Fast den zweiten. Sehr schön. Remi am Start. Ich glaube, einer hat es nicht geschafft, sich zu melden. Das ist etwas schade. Aber es sollte sich diesmal auch noch so ausgehen. So. Und noch einer. Holla die Waldfee. Was ist denn da los? Snosp Miss. Jetzt die ganze Magier-Partie. Dann Danyinator. Auch als Mage. Ne. Sorry. Das habe ich jetzt verwechselt. Tut mir leid. Ich dachte, du warst der Mage. Kundi. So, so, so. Bei Gnomen muss ich immer an Mage denken. Ich weiß auch nicht, warum. Ach, die Kundis. Die Ausweicher. So sieht es aus im Schneckenhaus. Oh, nice one. Das heißt, wir haben ja für den Endboss dann richtig viele. Obwohl der letzte Trash-Mob ist immer noch eine harte Nuss. Aber, das könnte was werden. So, ich mache mal ein bisschen schneller. Denn ich bin schon sehr gespannt. Flederschrecken. So, Headstyle am Start. Macht ihn. Boah, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Super Honk. Bin ich da? Nein. Ich weiß nicht. Wer hat sich nicht gemeldet? Oh mein Gott. Monk ist komplett neu. Kann ich nicht einschätzen, was der so raushaut. Mhm. Am besten sieht man es immer, wenn man nicht sagt. Jawohl. Was ist denn los? Oder ich bleibe hier mit dem Pilz da so in etwa. Ui. Krieger gegen Krieger. Zehn Stunden später. Auch ordentlich was abgeliefert. Da werde ich wieder nicht drankommen. Leute, ihr seid so gemein. Nehmt doch mal die Waffe raus oder so. Nein, das war nur ein Spaß. Bitte lass die Waffe drin. Ja. Oh, da kann ich mich noch erinnern. Da gab es früher immer Anschiss. Weil manche haben die Waffe rausgenommen, um sich in der Arena fallen zu lassen. Und dann hatten sie das auch beim Raid. Oha. Da gab es aber fetten Anschiss. Nicht von mir, aber von diversen Offizieren und so. Ey, ich komme wieder nicht dran. Das ist ja wohl unfassbar. Und wieder darf Superhonk den letzten Schlag machen. Ja, keine Ahnung, was da los ist. Gut. Der Pilz in your face. Das sieht auch gut aus. So ein Pilzmonster. Oder in seinem Auge. Bling. Ja. Das war's wohl. Boah. Gut. Fein, fein. Also, das geht gut ab. Das geht sogar sehr gut ab. Genau, Blizzard war nicht dabei. Das heißt, da hätten wir sogar noch einen 261er. Mit diesen Tränken. Oha. Ja. Da wird sofort der nächste Raid gestartet. Nein, nicht Dungeons. So, über Nacht werde ich noch eine feine Gilde raussuchen. Die meisten sind dann immer schon vergeben. Aber ja, und danach, morgen wird wieder von 10 Uhr bis 20 Uhr der Raid gestartet. Fein. Genial. Also, da fehlen mir die Worte. Sehr schön. Logisch. Bin mitten dabei. Ja. Coole Sache. Also, Raid 30. Wir kommen dir immer näher. Wir kommen dir immer näher. Dann noch eine interessante Sache. Moment, wer hat das geschrieben? Das war der Pfeil-Jonglör. Hey, gib mal in der Ehrenhalle Schilling ein. Und dann immer mit einem Buchstaben weniger. Gib immer einen Spieler. Haha. XD. Ja, und das werde ich mir mal ansehen. Schilling. Ja, gibt es. Schillin. Gibt es. Schilli. Level 3 Magier. Schill. Ja. Schil. Gibt es auch. Level 1 Magier. Schi. Okay. Ja, und SH. Mit zwei Buchstaben darf man nicht. Okay. Spieletrends. Ja. Gibt es natürlich auch. Frechheit. Suchegilde. Aber er hat mich... Jo. Er hat mich gut gefakt. Genau so sehe ich aus. 127 gewonnene Kämpfe. Ob die alle von ihm sind oder weil die Leute glauben, das bin ich. Wer weiß, wer weiß. Die ganz intelligenten Faker schreiben dann immer hier genau diesen Text hinein. Und da gab es mal einen... Moment, welcher Server war das? Ich weiß es jetzt gar nicht. Irgendein Server. Da hat sich jemand Schilling sich geschnappt. Obwohl ich da mitspielen wollte. Ich habe angekündigt, ja, da spiele ich mit. So, der hat Schilling als Namen gehabt. Hat das alles reingeschrieben. Und der war instant Platz 1. Weil am Anfang immer greifen die Leute Schilling an. Und dadurch bekommt man hier die Orden nach oben. Gewonnene Kämpfe. Dadurch hat er mehr Stats und gewinnt immer mehr. Hat mehr Gold, kann es killen. Und am Anfang war der einfach immer Platz 1. Und das war aber gar nicht ich. Ja. Ich bin der Echte. Ich schwöre auf alles. Ich bin der Echte. Deine Mama ist die Echte. So, dann greife ich mal hier wieder was an. Um mich ein bisschen nach oben zu kämpfen. Obwohl, es ist ganz angenehm. Da unten muss ich sagen. Aber dürfen ja auch mal ein paar Mehrkämpfe stattfinden. 308. Ja, kann ich machen. Schön hier. Alles in Geister-Modus. Like a ghost. Einfach mal angegriffen. So, viel mehr Ausdauer. Aber mit etwas Glück gewinnt man. So, aber. Hui. Das dauert hier lange. Lange, lange, lange. Da kann ich sehr viele Kämpfe machen. Sehr viele Duelle. Aber die nächsten Duelle müssen im Prinzip hier stattfinden. In meinem Sammelalbum. Ja, da muss ich noch ein paar Leute angreifen. Weil mir da noch Prozente fehlen. Und jetzt mit den Raids. Also, 78% sind bald möglich. Das sollte ich noch machen. Da muss ich auch mal jemanden loben. Und zwar, wer war das? Der hat jetzt irgendwie noch sein Sammelalbum gepusht. Und zwar richtig weit nach oben. Keine Ahnung, wer das war. Aber jedenfalls. Das sieht, ich glaube, quetschi, oder? Ja, das sieht schon sehr nett aus. 99%, was will man da mehr? Mit 2,51. Also, das passt ja. Jo, genau. Genau, genau, genau. Bin schon gespannt, wie es weitergehen wird. Das war es jetzt erstmal hiervon. Und der nächste Raid. Was war das noch gleich? Weiß ich nicht. Aber wir hatten dann, ja, zwei Leute noch. Übrig auf der Ersatzbank. Einer kann sich noch melden. Also, das wird auf jeden Fall was. Dann wird es morgen wieder einen Raid geben. Und bis dahin. Sag ich einfach. Tschüss mit Ü. Ciao mit Au. Und dann geht es einfach beim nächsten Mal weiter. Schicksalwitsche. 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 Du, 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 du. Du, 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 du.